So, da sind wir auch schon bei der nächsten Aufgabe, nämlich heile Konditionen innerhalb des Sturms. Was müssen wir dafür machen und wo geht das Ganze am besten, werde ich euch natürlich direkt verraten. Aber vorweg, wenn ich euch schon öfters helfen konnte, gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch an mit der Aufgabe. Ihr landet am besten in Craig Eclipse, denn genau da, wo ich jetzt mit meiner Markierung bin, da ist der NPC. Da könnt ihr euch immer für Gold Verbände kaufen. So, zack, dann gehen wir nämlich einfach in den Sturm rein. Hier kann ich mir schon mal ein paar Medikit reinhauen. Und das Ganze müsst ihr halt, wie gesagt, wie oft? Einmal nur machen. Lol, dann sind wir wieder geschenkte XP. Zack, 24.000 XP, ganz easy. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wie gesagt, dafür müsst ihr halt im Sturm selbst sein. Nicht hier, sondern dort, wo ihr Schaden bekommt. Dann einfach gegenheilen. Kleiner Tipp, ihr könnt das Ganze noch ein bisschen öfters machen, denn ihr seht es hier, als Power-Aufgabe muss ich das Ganze noch 200 Mal machen. Also insgesamt dann 1000 Mal. Und so bekommt ihr auch die Power-Aufgabe hin. Also wenn ihr eh gerade nichts zu tun habt, einfach hier in den Sturm reinstellen. Immer wieder die Verbände hochheilen. Am besten geht das allerdings im Solo-Modus, weil da könnt ihr euch halt die Verbände kaufen. Und ihr findet auch generell mehr Verbände. Denn in Gruppenkeile gibt es ja nur Medikits. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Gerne Like da lassen. Gerne Abo da lassen. Und dann würde ich sagen, setz mich an die nächste Aufgabe. Und haut rein. Und rein.